ja willkommen mein name ist an die röpe und ich begrüße euch zurück zuletzt place da was bett von zwei lasse ich mal ganz kurz verschicken in der letzten folge haben wir mit dem schweren truppler ein paar dinger hier freigeschaltet nehmen 20 minuten mit dem gezockt haben jetzt werden wir gleich mit dem angst zu machen für die man 29 minuten noch hier spielen müssen ich muss mal kurz was gucken und zwar habe ich mit dem ausgerüstet die a 280 okay ich will jetzt mich damit machen eine menge hier ich habe erst 6 alles klar war detonator glaube ich auch noch ein bisschen da hat hier am schnellsten geht im gefecht machen hat im gefecht irgendwie für mich der perfekte farbenmodus hier so für meilensteine und waffen und also was also bleibe ich auch dabei mit den helden und sollte als sehr viel später vertragt und sonst gegnern speziell bringen das könnte man vielleicht auch machen eigentlich von und ziehen nur aber ich will jetzt haben 1000 deswegen machen wir den 29 minuten run mit dem angriffstrupp leider wird eine lange zeit dauern der letzte paar habe ich gerade gesehen hat 48 minuten gedauert oder 45 minuten und dafür hatte ich eigentlich nur 20 minuten spielen wollte war ganz schön lang dreck ok dazu und drei dingen ich würde am liebsten wenig leute mit meinem frontkämpfer gegen ihre töten weil was war das weil ich kids mit der knarre haben muss um vermesserungen freizuschalten und so unter mal das vater möchte ich vom partner so zum beispiel da war gut so kann man weiter machen ja so nicht john connor wenn ich von terminator john connor war ja auf die kirche genau bekommt ich glaube nur das volle möhre da abgeprallt so aussehen bei der den ich gerade auch getötet habe man vielleicht haben wir 22 mit dem angst so klar oder noch mehr kampf punkte bei schalten karl start zum kreuz mann hier ist niemand mehr nein ich bin nicht in luft mal 29 minuten mit dem angst zu spielen ja ich muss gerade knarren und kopf gehalten du musst müssen 29 minuten spielen aber ich habe jemanden da getroffen die hand sehr gut Wer wagt es? Den habe ich nicht getötet, natürlich nicht. Ich muss den letzten Schuss abgeben, glaube ich. Das ist. Ah. Da baulock lässt es mich verarschen. Ey. Nein. 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 Na. Guck. 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 Wo seid denn die alle schon wieder? Wer für Granate? Ah. Ey, mein verkackter Partner. Na, ey. Na, ey. Na, ey. Na, kackter Truppenmitglied hier. Sind natürlich an dem voll abprall. Ah. Das. Feuer. Warte. Falsches Spiel. Was? Warte. Falsches Spiel. Was? Schauen wir mal drauf. Schauen wir zu, wie ich jetzt 40 Leute auf einmal tue. Einer Galate. Wenn ich nicht mal weiß, was genau die macht. Guck. Uh. Kyll. Wie ist das hier? Ein. Warte. Na, ja, blöden. hier sind wir nach außen gerutscht wie so sagt irgendwie aus dass wir alles nicht passiert wenn ich von anfang an den match drin gewesen wäre acht haben war ich habe zwei ich benutze auch so viele minuten wir haben sechs minuten hat man vier minuten hatte ich am anfang noch 29 5 minuten hat dann auch keine ahnung ist sogar spiel so lange bis ich den meinstern ab danke ich nach hause was nicht so schwer ist weil ich schon zu hause john corner wir sind einfach beets geordnete ja also machte den part noch länger also eigentlich ist kolossal kann man jemand uns hier beistreten ne zwei suchen vergrößerung ist eigentlich nicht so gut ich glaube das ist auch benötigt spieler 4 watt und seit jahr hingegangen naja wenn ich lange abgefeuert werden kam vorgekühlt werden muss sagen dass der bolz noch größere distanz konstant hohen schaden macht also die tun nicht viel schaden machen aufhören ich nur eine auskostet was hat hat mit hat weil sie so fähigkeit ich habe sogar nicht hier war auch wenn die automatisch angeordnet maximal sind aber der gesundheit hat er ist gut dann wird schneller gregeriert und dort ja so wer automatisch okay machen wir nicht ausgerüstet die ganze zeit nicht ausgerüstet warum schließlich hier niemand an und soll hat der pack nicht schon lange genug da waren wird in 29 minuten 25 minuten die ich hier noch holen muss oder sind die server dann wird ja gar keiner da sein gefecht gefechten wir haben 24 minuten die werden lange dauern also was das mal irgendwie der dinge zu holen man muss dafür gehen einzeln wenn ich doch schon hochleveln und irgendwie will ja niemand mehr links kopf geht hier das hier war es ja schon wieder los ich will nicht angespielt dauert noch länger kollege mach wird vielleicht raus geschnitten weil sie nicht noch länger dauert das mal gucken was haben wir hier ich komme mit spieler noch ein wir stand du raus vielleicht 20.000 war schon wieder ein noch mal gerne wie ich sparen ein bisschen aber wenn irgendwie neue dinge hier freigeschaltet werden neue skin und die sturm truppen nämlich lieber von denen irgendwo haben von der erste klamotten oder so wird wahrscheinlich die sein ich hole mir weil es die einzige einheit ich kenne ich meine andere kenne ich auch vom namen her und so aber ich habe sogar von einer 500 ersten buch was ich noch nicht gelesen habe immer noch nicht war weit weit ich bin allein auf der welt aber das ist der los ok oder 50 minuten an sich spielen also sei eigentlich vollkommen egal was für mosi spiel also das ding machen ja was ich mir auf jeden fall geschnitten ja weil sonst wird der tipp viel zu lange glaubst du mit oder ich das hat immer ich faul bin gerade kann auch sein welcher 1 kann auch sein weil ich leider gar nicht hoch kann auch sein naja steigt jetzt so einen fähigkeitspunkt mit den neuen sternkarte für das manuel können aber kostet immer weniger zeit als wenn du sie überhitzen ist ja so pusten so angriff uns alle hier reingegangen weil jungs woanders los war ich kann ja nix wohin man was denn das wird hintermeld hier werde ich nicht lange überleben jetzt vielleicht warum ist denn hier nirgendwo ein loch mann ich habe überlebt bin der der überlebt dann bin ich gestorben ich habe so lange überlebt bis ich gestorben bin noch mal so hänge ich mal bei irgend solchen mittels hier ist bei der sports aus niemanden getötet er nicht die kann hatten die können ich gar nichts ich dachte die sind ich dachte granaten sind dafür bekannt zu exaktionen und schaden an solch dann gehen wir mehr gibt es nicht irgendwie eine komplett sichere roto war gar nicht nach oben gehen müssen die verarschen ich glaube da wird nicht nichts heute aber das hat wir treffen dem ich hätten explosionsschutz ja dann musst du da irgendwie voll kalkulieren oder also stehen wir jetzt schaffte und er läuft mit der geschwindigkeit in die richtung wenn ich also diesen punkt hier und jetzt ist das legen wir haben problem geil ja wir bleiben jetzt hier und warten wir irgendjemand das weg damit unser kampfläufer kommt kontinuiert ich voran hallo da hat ein punkt der krieg auf so nett ja verteidigt das ding auf jeden fall am führen jetzt nicht mehr verstärkung ein einer der besten agenten der ersten ordnung welche ja keine wenn wir uns lange über 50 sind klappt das warum ich gar nicht raus hast du gesehen wie wenn ich das geschützt ist da hallo wir haben uns für dich der server tag sogar irgendwie was zum team irgendwie war schon fast strategisch was ich gemacht nein sie stecken millionenstörungen geordnet verteidigt der sichtblock jetzt gar nichts schritt für schritt komme ich immer näher immer näher damit in einem haus nicht identifizierter kommandeur des widerstands im einsatzgebiet auch immer da nur zu seinem teil weiter wird hier kommt niemand rein lange schon am nebenbänden da kommen ein bisschen unter 50 sind gleich die punkte man ja ein aber verloren damit kann ich leben das war nur wir schaffen ohne ganzheit natürlich auch so eine sache ist allein dahinten hinzukommen ist schon wieder eine arbeit ja genau so meine stadt ist immer wieder da hinten hin schaffen ne gott hier ist ja gar nichts ich sehe da drin nichts allein ich würde nicht töten töten ist böse wie ich habe mein ding gerade aktivierte ich habe mich als dahinter gerollt bin mein ding aktiviert mein heil dingen natürlich wird nichts gemacht oder geleckt hat ich bin ja ja geil ich bin ja nicht mit deinem und weiß doch viel sicher sicher okay kampf und er geht mir kann punkte rohr großartig an das dankeschön da war irgendwie rekordzeit oh nicht identifizierter feindliche anführer okay kurz mal gucken ist da aussieht so alle ich habe nicht genug das aber nicht ich folge der hatte ich ein pack mit den schließen noch mal gucken man dann wird das ja noch länger da war nicht so ein bisschen ja auf dem scheiß nur auf die angriffsdingen hier sowieso nichts mehr ja wir haben das letzte mal gemacht genauso ich habe von mir aus ich glaube nicht aber wir sehen die wichtig ich habe ich konnte ich glaube gar nicht das oberkommando hat einen unserer besten zur unterstützung geschickt da habe ich glaube ich punkte also noch weiter danke keine ahnung ob es das gemacht hat aber ich habe wieder den spielen du dich scheiße auf die wir holen uns 150 minuten mit dem ding aber einfach ja aber ein süßer schrei ja ich bin so vorgestellt okay volle möhren thermal detonator da reinwerfen ich glaube wir haben einen plan bringt es zu ende bevor sie die tür schließen ich bin so locker von jalo wird noch eine runde und dann schneiden und so ich weiß nicht wie lange es dauert was mich darauf klicken man 13 minuten ich krieg da teuren neuen wenn jetzt das letzte ist was ich tue wenn ich ein paar sachen die rausschneiden muss er dann ist mir egal weil wir immer auf krate ja das ist einfach irgendwo in der ecke sitzen und solange erwarten sich meine minuten durch geleistet ja ich gehe nicht da hinten sehen wie viele sind ich habe mich durch zwingen dahin zu gehen ich könnte jetzt erwarten noch nicht wenn man kann der ding am abballern ist da laufen die alle mit dem schild rum wenn man auf eins der dinge ballern ehrlich gesagt denn wenn ich auch ich bin sehr gutes team mit mir da ist der falsche da komme ich neben dem hin war grad verdammt okay irgendwie habe ich nicht überlebt da hat er aber nicht boah okay den habe ich geholt gut gemacht die verteidigung des lts fix ist ausgefallen setzt alles ein was wir haben ich beschützt euch keine sorge wird schon schief gehen was haben wir auf der lobe macht irgendwie anders war wie komme ich jetzt hier weg waren startet ich komme nicht irgendwie weg und sich da rausgehen aber ich ganz bestimmt obwohl er ist ja aber mein instinkt grüßt punkte gibt sie mir alle ich gefällt mir nicht wie nahe dieser action ist genau wie sie noch haben gewinnen manchmal läuft es echt nicht so manchmal ja da ist auch noch jemand einfach weggeschossen auch wir konnten der ja und der andere auch da war es was geht wir sind über oder irgendwas wir kommen wir nicht raus das ist ja klar oder vielleicht hier ich komme nicht raus ja jetzt kamen da ein was mache ich hier bringt irgendwie nichts für jemanden einfach so jetzt war nicht viel bringen aber nicht gleich voller wäre feiten werde keine musik dann habe ich dings genommen ich habe nicht schon backen war am verdammten toaster genommen war ich habe mich so wenig hp und schon mal jemand auf das ding da ist also was wenn ich einfach so überlaufen war als wer hat nix ich noch mal solcher weise mache ich mir schon mit einem angst so klar ich glaube wir können uns vorbeischweigen aber er ist ja genau gleich wie vorhin jetzt wird der kampf unmittelbar und schmutzig ich hätte irgendeinen helden spielen können aber nein dann habe ich davon wenn ich den normalen vokiematschewacker nennen wir müssen verhindern dass die erste ordnung die kontrolle über die fluchtschattel da wieder ein atst den niemand aufhalten kann das ist ganz genau auf ich sehe dich bis er ja komm wenn wir noch freuen schön zu wissen das kommt wir schon mal verlieren nein ok macht jemand das ding kaputt das ding verreckt auch so lang genug darauf schießen also schießt gefächs darauf und an ich kämpfe allein gegen den atst naja jetzt brauche ich natürlich was heute mal jemand kaputt jetzt mal ehrlich erstmal ernsthaft mal jemand den letzten auf wird er vollgebracht da hat auch wieder vollgebracht sehen zu nehmen also sind fliste ich habe nicht so weit von wenn ich irgendwie punkte für die bessere einheiten ausgebung dann einfach so weg es wird mit so wer kommt hier hin nicht aufgeben es besteht immer eine chance schützt die energie generatoren dann können wir die panzer türen schließen und wer da gestern wie findet ihr das 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 was wenn ich schon wieder ehrlich er sagt niemand die blitze gesehen und brater ist irgendwo hier erlauben das weiter und immer jemand weg wir sind aber einfach irgendwo rennen bin ich weiß eine ihrer topagenten ist gerade eingetroffen seid vorsichtig auf costa autobieter da sind leute das kommt bringt hinter uns haben wir ja wohl noch kaputt kriegen oder meine ecke da kannst du mich jetzt auch noch schädigen meine ecke mehr alter mann ich hab mich kaputt und den auch deine freunde auch das ist wie im battle von 1 habe ich auch mal imperator pepettin einer übergezogen jawohl du hast einen alten mann verprügelt geil meine hand schuld weg alter wenn wir da jetzt ist ja ich bin so kurz davor mit dem lab schildtür halb geschlossen ich habe eine granate einfach auf sind alle da eine ecke und alle stehen sie hier aber ich sehe ja nur schüsse SD die das 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 Komm herr, komm herr! die kommen wir nie im leben durch ja doch die kommen wir nie im leben durch ich jetzt einfach da reingehen hat das ding kaputt geklopft ja mal kurz zu end schnurrat kurze zu entschneidig kein längst 150 minuten verstehe nicht echt eine minute oder so ne zwei minuten na gut naja was man hat das war das werde ich beim nächsten mal wieder notiert haben wer tut jetzt noch unseren todesgruppen dann war es dann auch für heute weil jetzt habe ich keinen bock mehr eigentlich habe ich schon bock nur ich ist sehr sehr merkwürdige position die ich hier immer einnehmen muss wenn ich zocke und aufnehme battlefront jedenfalls ja wir haben uns das hier mehr kampfpunkte vergessen vollstrecker vollstrecker daneben irgendwo hier hoch aber einen größeren wirkungsbereich ja das hätte ich gerne bei denen ist nicht so schwer da bräuchte nur drei sachen da gibt es keinen mehr punkte karte oder so auch schon wenn ich sagen da war es für die sparte in der nächsten folge weil ich noch nicht was wir machen aber wir werden irgendwas machen auf jeden fall und ja wirklich freuen wenn ihr einen blick ein aber ein kommentar und sonst irgendwas hinterlassen wird dafür sehr optimal die und in dem sinne sage ich tschau und bis zur nächsten folge ja ja Untertitelung des ZDF, 2020